sehr verehrte damen und herren wir sind team jimmy jewel willkommen bei paragon mit am start sind ich jetzt in der rolle von greystone ich weiß der esel nennt sich immer zu ernst der esel nennt sich immer zu ernst so hallo der esel heißt ernst alles klar läuft bei uns kai ist gideon mit laner jimmy ist camara wie eigentlich fast immer jungler das stimmt gar nicht die letzten aufnahmen waren so gut wie keiner von jimmy was hab ich denn dafür ein opfer gegen mich ach ich hab ein drongo ja das sieht komisch aus ne drongo äh mein spiel ich glaub ich hab das engl verschwimmt ja das war's dann von von kai ne schön dass du da warst ich hab ne aurora und ein drongo gegen mich wollt ihr mich alle ärgern ja ich hab aber auch bei dem spiel immer lex eigentlich ne ich hab wieso nicht und ich hab auch schöne 50 fps hier die eskalieren hier komplett full riot ja ich hab rechts mal im first player geholfen willst du die beiden hier auch mal wipen kann ich grad nicht aber danach können wir das gerne machen ach ich denke ich denke ich bin so ein naja gegen die beiden habe ich keine schnittchen da kommt auf jeden fall was rüber zu ist nicht praktisch warte das ist ja gar nicht das ist ja auch gleich aber wir sind doch gar nicht rechts ja ähm das war auch ein war auch ein schlechter scherz ich weiß ja ich werde jetzt einfach ein bisschen deffen ab neville 5 schnitt sich den drongo sowieso weg hoffe ich jetzt hätte ich gerne einen fernkampf Prozent jetzt gerade fände ich sogar die nützlich und es sind mal wird sitzt ich kann hier nichts reißen ich werde mal kurz weg gehen boah ich kann nicht ich guck nur ach so ich hab noch keine kohle dafür okay dann halt kein wort etwas zu spät dran mit dem level ab und dadurch kann ich mir keine p das ist doch blöd dass du mit dem Fürstkönig den level abkriegst du das ist doch so lächerlich mit dem mängel hier schon dürfte kannst du auch regelmäßig vermengeln jetzt habe ich frame drops ohne ende die aufnahme läuft wieder eins krasse scheiße hier aber ist der einzige der zwei dich hochladen kann du darf jetzt nicht fehlen die heilige Leute das ist zeitlich sie weg das ist ein bisschen der drongo soll er wurden ja ich habe kann da reingehen da gibt mir noch ein paar Minuten ja ich kriege aber keine Lastes das ist ein bisschen scheiße mit 8 Lastes will ich zum zum jetzt können wir ja reingehen boah der dämliche bummerang von dem haut aber auch wozu warum das natürlich so kaputt gankt von der Contest warum gehen die in den Kampfern wissen sie da ist gute frage nächste bitte die Aurora hat echt nicht mehr viel wenn du ein Gank hinkriegst gleich mit ein bisschen HP dann geht die fliegen shit aber keine Kuh boah ja ok aber die hat wirklich aber ich hab Schild da ja der Aurora ist im Rongo noch besser wenn er allein ist ja natürlich optimal Ulti ja Mist ich hab jetzt doch mitgerechnet ergeben ach Schiete schade naja du hast mir zumindest ein bisschen Raum verschafft sodass ich mal ein paar Lastes kriegen kann und Ulti Hub dankeschön bei dem Kontrollen das ist auch das ist ich hab dir das geholt Rongo kommst du nochmal? ernsthaft jetzt? mutiger kleiner Stiesel hm hm aber ich hab die Kula dazu früher gemacht warum so hast du nicht die Minions von mir ach ach ich hab cooles ich würd sagen dafür dass du gerade noch nichts gemacht hast weil du dich so vergesst kommst du weg? ach dicker ist das dein Ernst jetzt hier? die frisst jetzt noch was ab nein das gibt's nicht ach scheiße hä warum hab ich warum hab ich eigentlich ach ich hab keine Ahnung Kai Mann ey ich weiß nicht mal was du von mir möchtest ja scheiß Paragon kannst du wohl laut sagen oh mi 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 was hast du denn? nix ich hab einfach nur wieder dünnschiss gemacht ja gut aber das ist ein herzliches Glück dazu in keine MOVA mach ich so ne scheiße aber in diesen ja dafür geh ich jetzt nicht gratis in Ulti ne aber wenn du den Tower saven kannst nö den Tower darum geht's nicht ich will den Drongo ein bisschen carry wenn du ja ok ja die die hat nichts mehr wenn ich die anspringen kann ist sie tot aber ich glaub das kommt das Ulti aber die kommen weg ne ja das ist mein Problem und ich hab kein Bock dass der Drongo mich verlaugt nein keine Ulti die kommt weg so Ulti mach ich mal von der Seite ja der Drongo geht grad weg doch sei hier zu zweit also ja wenn du reinkommst Kai dann hau ich ihm aufs Maul ja ich geh rauf boah der kriegt aber gut ey Ulti ein Steinchen ja komm ne du gehst back ich geh back wir haben ein bisschen ich kann den buff holen ja 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 der werde ich vielleicht mal zeigen was Respekt ist Respekte kennst du das ja das ist typisch das Essen ja ja das ist wie Köfte ich hab Köfte noch nie gegessen ne das ist eigentlich schon fast traurig das war nervig Aurora deine Skills sitzen alle ja jetzt kann ich auch das Sigtur weggehen gut und danach kriegst du auf die Schnauze Schätzchen gibt's hier links rechts links rechts Kombo wie die Klitschkos auf dem Tandem wieder was für ein Schuld wie die Klitschkos auf dem Tandem okay der ist so schlecht den kannte ich tatsächlich noch gar nicht das ist irgendwie das ist irgendwie das ist irgendwie der war ich links rechts links wie die Klitschkos auf dem Tandem das klingt ein bisschen nach Pillard irgendwie ne ja doch können sie das identifizieren muss ich glaub ich hab Shaki ich hab Shakuza im Kopf aber es kann auch sein dass ich ja auch Shakuza könnte auch sein ja der hätte auch sowas drauf aber schätzchen nur weil du Ulti hast denkst du kannst mich jetzt hier holen Träumer hat weiter schützchen vorsichtig eh diesen weg ja gut wir werden jetzt roben wahrscheinlich jetzt mit Kai bei Rollen ja ich hab vergessen dass ich keine Minions habe na geil egal ja aber jetzt muss ich mir das nicht überhaupt aus dem Schatten kommen boah das ist schon mal Vorteil ja ich denke dann pass auf diesen weg ne Kai jo ich bin schon weg ich würde mir vorstellen dass die Wälder eben will dass sie die Wälder Porn machen ja aber natürlich Vorteil für mich ja hier ist doch einfach einer mhm ja bist halt boah ja das Miststück ey der hab ich persönlichen Beef also gehen auf die rechte Seite meine ich der drum wohin will ja komm das mal jetzt nicht da ich meine in so eine Aurora rein gestiefelt oh was schönes pass auf wenn die Mitte zu dir rüber kommen links ja also in deine Richtung zumindest ja ist wieder da mit buff mit buff mhm ja und die Aurora kann mich nicht kann mich nicht kontern nein das wärs gewesen ich muss mir leider den Kill klauen oder meine bei Q weiß aber nicht ey da das gibt's nicht ein Hit hat gefehlt man ja super ey du ulti und ich muss hier leider rechts den A stellen warum die da schon hingegangen sind hm ich hab keine Ahnung aber hier fehlt auch was warum pushen die rechts denn nicht eigentlich das ist ne besonders gute Frage weil sie bis zum Ultimo den Greystone in den in die Ulti hauen müssen und zum Blödsinn zu attacken die haben sich halt lieb Jimmy das ist was ganz speziell ist mit der Idioten am Start naja ist das jetzt ne Neuigkeit naja also nach den letzten paar Jahren spielen alles aber nun dazu ist kein Neuigkeit mhm kann auch ein Bot sein ja Bot sind klüge also ach ja boah ach dumm Drongo ist weg ich ping sofort wenn ich Zeit hab soll ihn rechts aufpassen er ist wieder da ja hinter dir kommt geht zum Tower er ist tot oooooh nein ich bin tot ja auch oee ein hoch auf ah super bevor JimmyGay wieder ein Raster kriegt ja du hast es gesehen du hättest nicht forten können oder auch nicht hab ich ja ja ok aber er kann keiner wissen dass wir gut ganked müssen oh fuck ähm oh zufall too much damage ich versuche mal mein Glück mit dem Halten ach da ist denn der nur wenige zwei auch holt kein Ulti mehr ist er nicht tot? ach ne äh Kautess hat kein Ulti mehr ey du musst aber auch kai äh fairerweise wenn du kein auf der Lander's Mad pushen dann steht halt lieber mal mit dem ja versuche ich ja gerne naja du gehst relativ weit zurück wenn keiner auf deiner Lander ist weil ich die Minions klatschen muss bringt mir ja nichts wenn ich vorne am Tower stehe und warte ich rede von Situationen wo die Minions weit genug vorne sind ja waren sie ja nicht ich rede doch nicht von der einen spezifischen Situation nein war bisher ich war bisher einmal vorne am Tower ja die Aufnahme ich zeig sie ja mach das oh die Aufnahme habe ich leider gar nicht eigentlich gestartet nein quatsch von rechts kommt wieder was böswahrscheinlich ne doch nicht wo sind denn unsere Carry Off laner Perfect Team hier ich bin dann mal wieder back mhm mhm warum sollte ich eigentlich gegen die kämpfen mhm ja könnte es du könntest vielleicht andere verarschen wenn die bald nicht move'n dann ist der Tower ah ok ich meine äh kommt ähm hier sagen wir schnell ähm ja ja pass auf mir hier von uns äh 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 soll ich die hellste Kerze auf der Torte kannst du ihn töten? kannst du ihn töten? ne absolut nicht hab'n Tower gepusht aber wenn die Minions jetzt kommen hol' ich mir die nach und der ist wieder weg hast du da ich glaub ich kann ihn auch töten wenn ich will jetzt nicht mehr mhm ja aber ganz schön Riley der hat keinen Ultima na 10er Greystone äh 8er Greystone äh 10er Greystone trotzdem kein Ultima ja die wollen mich nur bis zu meinem Tower zurück pushen weil die Schiss haben dass ich gleich einen Tower hole war geil ich komme auch von der Seite er hat schon wenig Mana der Greystone ist wieder weg ja ich finde auf jeden Fall geil dass wenn mein Gegner in meinem Krei steht ähm auch wenn es knapp ist das nicht zählt das ist jetzt mir schon das dritte Mal aufzuhören ihr müsst mich jetzt nicht in der Ulti bringen das reicht mir schon jetzt danke warum zählt was meinst du damit du weißt dass der Stein erst zählt wenn er auf den Boden betritt ne also ja 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 das ist ne geile Idee mich bis zum Inhip zu chasen weil dahinter kommt nämlich noch mehr nach was so ja du hättest schon wieder drauf gehen sollen mit Ultima getötet hätt ich glaube ich auch aber der hatte seine wenn ich das richtig gesehen hab wieder ready naja ich geh zu das ist ja egal unter dem Tower ja ich muss ein Tor halten hä ich geh nicht weg ja du kannst back hin ich mach das ja lass mir ruhig die Karten machen mir fehlen nämlich noch eine ja dann würde ich das verwechseln ne ja ich geh so weg ah ok dann habe ich mich hier noch 2 keine ja so ich konnte nichts machen cool das ist dann für uns gesehen ja ich konnte die hat mich sofort gestand das bringt mir nichts wenn ich sehe aber nichts machen kann alle taugen ja das Spiel ich will ja auch mit Worts du müsstest dir dann angewöhnt mal dann doch ein eigenes Lied zu machen ja irgendwann wenn ich dann mal Paragon neben der aufmachen und mal anmache ja gut aber ne ne ist das mit dem schwerer dann immer so ein bisschen schwieriger ach komm da kam ich jetzt nicht hinterher bist du ja lächerlich da kam aber auch der Murdoch nicht mehr hinterher mit seiner Ultima der Murdoch war ja gefroßt ich aber nicht ich wäre nur ein Minimalist ne mit der Ultima jetzt hat er nicht getroffen aber ich glaube der rechte Pfad ist gerade auch ein bisschen interessanter aber die holen sich schon regelmäßig den Buff ab da muss ich schneller sein ich glaube gut du hast die Orkade keine Kontrolle oder ne absolut nicht ja wir könnten den Tower klären aber darauf setzt dich gerade ein bisschen ja im Zweifel tanke ich den halt ab ja der ist weg ja der ist weg nix ah nicht wir oh Greystone ja komm da jetzt nicht abholen lassen auf 3 wenn wir den wenn wir die Belica klären dann haben wir schon einiges geschafft oh das war's von Greystone und das war's von Belica du hast beide bekommen alter ne hab ich auch getötet aber ich bin schon tot ne 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 ja scheiße egal wo boah alter der käme getrunken ist oder aber der schießt nicht gut wa spring nein nein ich konnte nicht mehr ich hatte noch ein bisschen cooldown und ich hab gehofft dass meine ähm Dings das noch abfängt wa das ist halt diese dreckige Ulti da kann es halt nichts machen ne ja eigentlich ist Aurora mittlerweile ne der hat mich nur mit der Pistole getroffen nein Aurora die Ulti vorher meine ach so ja das ist richtig krass super sehr sehr stark finde ich ja man die hätten jetzt auch ja die hat ne ordentlichen Burst auf jeden Fall ja ja die Ulti die Ulti triggert so du wirst erst geschockt frostet also erst cc'd und dann äh jeder der von der Ulti getroffen wurde um nicht rum macht nochmal Schaden ja also das ist eigentlich so ein AOE ist dann Teamfighter ja das war clever Murdoch das war richtig clever clever wie er was gar nicht vorhersehbar aber gut ich hab mich gerade auch nicht cleverer angestellt von daher lassen wir es mal so stehen warum der Teamfighter war doch gut ihr seid zurückgekommen und das alles ohne Ansage ich weiß jetzt nicht was daran stimmt und das sind wir alle geschlossen und das wäre sogar noch besser gewesen ja ok der Trade war es nicht wert das ist das Problem ah der Trade war es nicht wert das ist das Problem ah ah jetzt müssen wir erstmal hier Kartenmacht kommen wa wir können die Kontesten sie töten über euch ja mit dem Greystone ey aber er hat auch keine Ultime ah aber wenn er sich da so ficken ist dann habe ich zumindest mal kurz die Gelegenheit zu pushen hoffentlich wo da war das dann knapp ah ja 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 er geht in ruhig die Fall das ist dafür dass ich hier nicht allerdings anlegen kann kann ich nicht ich versuche die man nicht zu euch zu ziehen ein bisschen im jungle zu reichen müssen so angreifen naja die kommen rüber ich will die aurora die halte ich jetzt da umgehen die kommt dies oben drin egal mach einfach den tauren der gefallende ist tot der taus tot nur ich will nicht in deiner scheiß frost scheiße gefrost werden danke nein nach scheiße das ideal und die von der das ist so unfair weil sie noch weggekommen wir haben wir haben den einzigen das wäre jetzt am richtig scheiße hier auch weiter lauf einfach weiter die fiktig nicht ich wollte ich habe auch noch ein bisschen aber der tor der siege vor das siehst du wirst der tor hat ja du schaffst das ja wenn ich mich da vorne reinstelle der gravestone geht doch alleine durchhalten ihr habt gesehen dass der tor ein one hit ist war ich glaube ich glaube an dich ich glaube auch aber das hilft nicht weiter der gravestone bist eine an word fuckbar weil ich hole mir nicht weiter hilf nicht weiter ich komme ich komme ich habe noch ulti warte da geht doch noch was ich habe das ist so einfach so aber was ich glaube da machen weil ich hole mir kurz mana und geht einmal meine das scheiße bach ist weg der wendung der droge und droge kommt um ich habe die gravestone alleine also ja ich gehe dann im weg okay ich habe kein größter mehr zu dem hier ist geblieben und belika auch noch ich glaube ich brauche die vielleicht doch beworben ich will mitte ich glaube auch wo ist denn auch egal naja wenn der der nahe war stehen right lane hält dann ist mir das alles recht aber der tower hier der ist auch eine halbe ulti entfernt vom tod geht nicht alle hin ich bin ich wollte der hier der mit der ist ja komplett zerfickt das gibt es nicht das ist das ist witz das ist witz ja was für so ein chemie hol sie rüber da kriegst du es aber die haut ab natürlich das war nicht schlecht weil der geht jetzt auch es auch so grey stone gegen grey stone gegen alle anderen die hat uns getrickst nice nice aber wir müssen jetzt noch wo steht man mitte ihr seid ja zu dritt geht ja okay ja kai ist noch zu zweit kai 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 der hielt der hätte sitzen können dann wärst du richtig vorne erheblich von belika geht weg weil die euch stunden seid ihr wieder da hat sich das ganze wieder nicht gelungen ich hab immer noch ulf war ja aber na ich weiß nicht komm geh da wird mein belika gerade zu viel schaden ah die ist oben am jungle bob aber ich hab ja komm ich geh weg wenn ich meine karte geht mir gerade genauso kai du kannst gleich mal wenn du back gehst gucken ob du nicht ein paar andere karten kaufen kannst ja mach ich gerade das hab ich vor vor kinder aber jetzt hab ich lifestyle jetzt kann alle ich hab auch ein bisschen lifestyle und ein bisschen live raggen ich hab mana raggen mit dem gem und lifestyle als karte verteidigen würde ich sagen weil der mörder kriegt da nix hin und der nabas hält den nicht aber ich bin ja da also wenn der mörder jetzt nicht paketet ist der nicht nein ich hab keine hänge ich glaube ich move mal ganz kurz in die mitte ah ich komm auch sofort wenn du erst den ich glaube sofort ulti der tower ist weg warte jetzt habe ich ulti ok schon mal etwas einer ist nach links unterwegs ja ich versuche mich um die gravestone zu kümmern aber ich glaube der hat mir den buffer gezogen also nicht dass er mir gehören würde aber er gehört mir echt gravestone du haust ab von mir ich bin doch auch ein gravestone wir müssen uns da geben sein achso ich bin ein paar level über ihm gefühlte vier aktiv sind es auch vier ich würde gern durch pushen aber ich glaube dann fällt ok ja na klar was für eine range bitte wenn ich mich noch ein bisschen beschäftigt habe ich einen tower gleich ja den tower habe ich schuhe und die gravestone auch noch mal da kommt es nachdem wir keine ulti mehr nö die ist für mich drauf hören ich glaube sie hätten sich sogar ohne na die eisprinzessin ist noch da ihr dürft die ulti haben ja jetzt habe ich meine ulti raus und dafür könnt ihr euch jetzt die eisprinzessin und den äh dingster abholen und jetzt bin ich tot nein ich bin nicht tot glück glück ja unser carry holt sich die aurora ab und ich habe noch 16 hp gehabt ja denn bisher hat er mir nur kills klauen können ja aber jetzt hat er sie ich bin da herzlich wenig sauer drüber schade kann ich hier noch was anders machen ich habe mich echt getrocknet alleine gegen medica pushen ich nehme mal ein bisschen cleave mit weil ich glaube wir sind ein bisschen hochgestand ich glaube tatsächlich dass die gegner sich ein bisschen zu sehr überschätzen aber unser murdoch ist nicht im spiel unser carry ist nicht im spiel naja die angstbums ist gar nicht schlecht Achtung 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 Countess geht in die Mitte ja die Mitte ist eigentlich gerade genug gepressured ich hätte nur gern den buff ach ja Moment er ist so inzunehmen meiner er war ja auch keiner wow aber in der Mitte sind beide missbrauch ich glaube das war ein aurora und wer noch kein äh äh ja genau konnte nein nicht rüstungsdurchbohren jetzt gibt es ja auf die schnauze leute wenn ein zwei sterben am besten aurora und äh countess dann ja äh leute 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 von heute von heute von heute ich könnte die aurora vielleicht weg klatschen aber eigentlich habe ich keine lust jetzt zu sterben für nichts ich gehe ja auch vor allem nicht angehören das ist doch bullshit ja alle alive wollen wir uns den tower holen Kai ah ok ich verstehe schon alle alive und alle nicht zu sehen und immer auch ne ist auch gerade direkt mit mir gemoved naja keiner zu sehen ich mag die aurora die bereichern mich auch in meinem Leben ja ohne Witz so gleich gibt es ein bisschen crit und dann haben wir Spaß wa countess ist wieder auf dem Weg zur Mitte weil die irgendwie nicht so rock hat auf mich scheinbar ja und ihr wollt die drauf voll machen Achtung Kai Demi Achtung Kai Demi die schlampe hat sich weggeportet ich kann hier wohl hinter dir kommen Kai Demi ja lass mal die haut dann eh wieder ja bei dir kommen Greystone ja der will den buff aber kriegt er nicht siehst du der wollte den buff komm her Greystone steini 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 stein wir sollten uns nicht gegenseitig blocken Achtung Kai Demi ja ich würd sagen den haben wir oder aber der Rest von denen geht mir auf den Senkel Achtung Kai Demi ne ne Kai bleibt mal in der Mitte mit der Ohre ist ruhig die können wir das nicht machen die fickt uns dann zurück wir müssen auch die Mitte halten und rechts und links und geradeaus und alles worthless shit Kai kommst du da Achtung Kai Demi ne ne komm 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 lauf 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 äh soll ich kommen oder ne 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 du äh wir müssen ja super echt jetzt das hat der nicht alleine hingekriegt nein Danke Rollen kein Problem lauf nur weil ich hab keine Mana mehr für ne ach scheiße wieso hab ich nur noch was wieso hab ich keine HP wieder bekommen keine Ahnung warum hab ich ein Radioaktivzeichen bei mir warum ist das jetzt weg Biohazard ne ich hatte ein Radioaktivzeichen bei mir und ich hab durch meine Ulti keine HP wieder bekommen also nur irgendwie minimal so erinnere ich mal an äh das bringt ja was ich hab auch das Radioaktivzeichen bei mir aber zurück ne das ist irgendwas von die hab ich einmal getrinkt die habe ich dir gedacht ich würde sie töten ja ich hab's gesehen ja ich hab's gesehen ich meine die Kontextspieler sind ja vorhersehbar sie gehen rein, moveen, pawnen sich von ihr an der Stelle ziehen dich auf einer anderen Seite damit sie sich dann wieder zurückpornen können also aber deswegen benutze ich den Backport nicht nicht weil ich das vergesse sondern weil das einfach viel zu offensichtlich ist äh äh auch wieder nicht so worth war dafür gehen die jetzt wahrscheinlich dann links durch ihr macht den Tower und ich mach Stress rechts ist doch schon keine mehr wenn die weiter nach hinten gehen müssen wir eben zurück aber ich will vielleicht den Tower hinrollen ja die gehen auf jeden Fall in die Mitte also auf jeden Fall die äh äh ja der Gegner wird keinem hier so links weg ist alles gut ja und ich def hier die äh äh die sind beide weg o so 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 gewollt ich würd voll es nicht sein, wenn ich das allein mhm der Beazle Card mach doch dann können wir ja auch ein bisschen Spaß haben, ne Aber ich glaube die 10% sind dann doch ein bisschen mehr, oh wobei, ich muss noch Vitality komplett stacken, dann habe ich hier glaube ich erstmal freies Feld. Aber ich geh auch weg zur Hunde, aber bis das dauert sich, ach scheiße, dann muss ich die Karten am liebsten. Ne, ich will die Gräuze drin sein. Den Wundsucher! Oder wie immer, die auch mit Deutscher als auch? Woundseeker, Wund... Wund immer noch, paar Mal auf-Ride. Ja, ich bin nochüfig. Nur dass da keiner angreift. Umi, ui, 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 ui. Na, aber wir machen jetzt mit Sicherheit nicht auf-Prime. Wenn wir gepusht hätten und einer von dem tot wäre oder so, dann würde ich ja noch sagen, okay, dann macht aber auch nicht einen Narbershop-Prime, wa? Naja. Eigentlich nicht. Zumal wir sowieso noch die Right Lane jetzt, glaube ich, verlieren. Die Right Lane jetzt, glaube ich, uns zum Verhängnis werden könnte. Der hat Mutti-Shot dem aber mal geholfen. Oder Mutti-Shot hat er die nicht mehr getötet. Ich glaube, ich brauche dringendst Hilfe. Ah, ich komme weg. Pusht, du mal weiter können. Jo, habe ich vor. Naja, gegen beide komme ich gar nicht an, Alter. Was ist denn das mit dem scheiß Radioactive-Zeichen? Ich habe keine HP mehr. Irgendeine bestimmte, verkloppte Karte. Ja, scheiße. Nein, oh. Naja, aber gut. Ich wollte gerade sagen, ich habe es nicht gehabt, aber mich hat WDK auch nicht angekommen. Angreifen können. Es kann nur vom WDK sein. Aber das kann ja eigentlich nur solchen Malengs sein. Ach, Verderbnis. Verderbnis hatte doch verringerte Heilung und sowas, ne? War das nicht das? Ja. Ja, das ist schon richtig. Ich habe 179 HP bekommen, statt der üblichen 70%. Ja, aber deine Ulti ist doch keine Heilung, oder? Naja, irgendwo schon, ne? Gut, das muss ja dann als Heilung gezählt werden. Ja. Aber ich würde das jetzt nicht als Heilung deklarieren, nein, nicht. War gut. Ja, aber ich wollte nur die Welt zurückholen. Das ist wirklich alles Mist heute, ja. Krabbscheat, würde ich sagen. Ja, weil die rechts ist. Ich habe die rechte Läden verloren an, durch, durch, durch. Ja, wir haben nicht, nicht mal irgendwo vorgepusht, ne? Ja, das Problem ist halt auch einfach, dass wir nichts machen können. Ich war auf Prime, ohne Probleme, aber wenn halt alle fallen, ist das halt... Du kannst höchstens, äh, auf Prime machen, wenn sich einer opfert, also einer hier rechts durch, äh, links durchgeht. Ja, höchstens. Wenn du diesen kleinen Hinweis verstanden hast. Ja, aber dann gib mir noch ein paar, äh, Karten macht, damit ich ja das auch machen kann. Ob ich nicht gegen dich und Countess reingehe, ist mir ernsthaft, ich fickle die Beine weg. Meine Wiener-Aurore. Also. Ach. Was? Wenn du diesen Armin lasst und dich da alleine von, dann kannst du noch nicht schocken. Dann fahrt Armino. Ja? Ja. Ja. Ja, das ist ja nicht böse genommen, oder so, aber dann haben wir das ja jetzt erledigt, und dann können wir jetzt essen. Mhm. Ja? Ja? Ja, machen wir so. Was essen wir jetzt nicht? Gut, hat Lars Bock drauf, ja? Ja, aber wir fahren jetzt zu Wurstbrotter, und zwar... ...warte Lars Wiener und Hotdog Sofa. Ach so, ach guck mal hin an, der kleine Schlingel. Ja, jetzt fahren wir da aber nicht immer, ich morgen mit Mutti zu Wurstbrotter. Ach, sie will da hin, oder was? Du weißt, dass wir eine Aufnahme sind, ne? Dann sollst du dich zumindest ein Juni. Also wollen wir jetzt verlieren? Außer er will sein Privatleben. Aber ist doch nett, bis wir davor, wo die Stars essen. Ja. Ich glaube, es geht kein Mensch außer du wohnst, da zufällig. Wenn wir ehrlich sind. Aber wahrscheinlich. Ja, ich habe jetzt einfach mal YOLO-Opfeil gemacht mit dem... Zum Glück, weil nämlich jetzt kriegen wir ein Problem. Ja, ich bin durcheinander hier gekommen mit dem Muten, 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 und dadurch... Habt ihr das jetzt erstmal geklärt? War nämlich der festen Verzeihung beim Muten. Belica, ich hole dich weg, ey. Sag ich doch. Mit Contest hole ich mir auch noch. Ja, Contest, aber die ist kein Gegner. Das ist richtig. Alter, du kannst auch weiter labern, das ist ja nur voll in der Aufnahme drin, ne? Ja, das ist... Das finde ich auch uncool, dass es so ist. Ja, gut, das ist ja dein eigenes Befinden, ne? Ja, das ist halt scheiße. Naja, jetzt ist es drin. Liebe Leute, ihr wisst jetzt wo Kai ist. Geht mal hin. Hat eh kaum einer verstanden wahrscheinlich. Noooo! Ich habe nicht verstanden und ich habe keine Ahnung, wo das in Berlin sein soll. Ja, ich komme hier nicht hin, Kai nicht recht. Ich bin, ich bin, ich habe es geschafft. Alles gut. Komm, Grace, du dich bettel ich so locker weg. Vor allem mit Orb Prime und Inhip so weit und Dings voll. Ah, wobei, er kommt nicht gegen 3. Hast du noch Ulti? Ich habe noch Ulti, ja. Dann dreh um, D rum und geh in den Fight rein. Ja, wenn sie sich keine auf Bracetode fokussen will, mache ich das, wa? Ja. Nice, der ist tot und der Rest folgt auf dem Fuß. Jetzt habe ich auch wieder einigermaßen, durch Orb Prime habe ich halt so einen Vorsprung im HP bekommen. Ey, du hast halt einfach 50. Ich habe jetzt 50 Lebensregulation. Mhm. Standard. Also, das stimmt. Wir müssen gucken, weil die BDK macht das zunichte, aber wir gehen jetzt einfach durch, wa? Ja. Ha, 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 komm her. Drongo, wir haben noch eine Rechnung offen. Naja, super. Warum glaubst du, bin ich nicht unter dem Tower? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Nein, nicht in die Ulti von der. Ja, gut. Oh, was? Wieso habe ich jetzt kein Sound gehabt? Ja, bei mir war alles, äh, Ulti angefangen, Ulti abgebrochen, alles immer hin und her bei mir. Alter. Ich hasse das mit solchen Herrn Mullängen. Ich kriege einfach keine HP wieder. Scheibenkleister. Nein, nicht an solchen Herrn Mullängen. Wir sind Drongo hat uns einfach alle gemutet. Dadurch konnte mir halt auch keiner fighten. Keine, ich habe, das stand da oben als Mann. Ja. Ich meine, ich habe sofort einen Schuss von der Dings bekommen, als ich aus der Ulti kam. Ja, der Ulti hat ja noch die Dings getötet. Das liegt daran, dass du... Ja. Naja, okay. Ich habe das hier schon gesehen. So schnell. Ach, dann kann der Nabasch allein da nichts machen, wah? Kriege ich die Wave nicht kaputt, bevor da irgendwas passiert. So ja, Ulti zünden. unfokussiert scheiß drongo scheiß mit gegenspieler scheiß mitspieler alles scheiße und dann noch 20 sekunden warten 29 sekunden warten dass man wieder zocken kann hier jetzt gerade war ich ja nicht ganz froh dass ich kann sie wollen sich jetzt in den mittleren wenn ihr den anheben dass ich hören wenn es gehen muss sich ja noch nicht irgendwelche das gibt doch nicht wie weit kann er seine scheiße werfen der hat mich im sprung hat er mich gezeichnet sind wir mal hingesprungen der sprung hat aufgehört alter nabas du honk er sagt doch zumindest ist so abhaus alter linken ja okay ich verstehe könnte ich gehe kann ich mich voll ich bin wir können den team frei nicht gewinnen belika ausgeschaltet komm 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 drongo da habe ich alles was gerettet drongo ist tot wir müssen auf jeden fall scheiße countess hat den alle richtig weggeschlüttelt siehst du die locker hin ja locker nein jetzt ja ich hab's gesehen aber doch verdammt viel schaden gekostet von mir was ist das einfach die treppe lang man selbst durch die sprung wird so viel zeit verloren aber schaden gegeben das hätte schon mal geschafft schon mal geholfen ja okay oh man lächerlich ne auf keinen fall ich habe vorhin keine maler muss ich gar nichts er muss den in dem der sie über den kernwassern die 20 prozent wo kommt die denn jetzt wieder her niederlage ja gut aber selbst wenn du gedefft hättest werden den dämpfe gehalten er hat halt null gehören scheiße ja liebe leute die vier folge war nicht so ideal trotz dass wir eigentlich in der leistung relativ gut dastanden schon wieder ein 12 fünf spiel verloren ich kann kotzen elf sechs freundchen naja was soll ich sagen die gegner hat einfach mehr glück und wir hatten mehr pech ja gut ich weiß es nicht liebe leute ich würde sagen wir sind cool ich weiß es nicht liebe leute ich würde sagen wir sind cool